Und Moin an dieser Stelle und hallo und herzlich willkommen zurück Ja, wir haben leider noch nicht rausgefunden, wie wir da hinkommen, aber ich will jetzt auch nichts drauf anlegen lassen Im Endeffekt kann es mir gleich sein, Hauptsache wir kommen da irgendwie hin Vielleicht gibt es sicher gleich noch die Möglichkeit, ne? Kann ja sein, deshalb nicht zu lange an einer Stelle verharren, das gibt nur Kopfschmerzen, ja Was haben wir denn hier noch? Irgendwann Verhaltenes Ding, irgendein Versteck, irgendwie viel Geld oder so Oh, guck mal Ja, das ist doch super Genau das, was wir brauchten So, 2500, 4000 oder 1900 Ja, ich möchte eher auf die 4000 sparen, ja, ich möchte auf die 4000 sparen Wobei das mit dem Nachladen natürlich auch nicht schlecht wäre, ne? Weil er lädt dann einfach beide Läufe gleichzeitig nach Ohne, dass man dann irgendwie in die Bredouille kommt zu dem Motto, uuuuh Oh, ein Glückskicks, uuuuh Man braucht zum Fallschirmspringen keinen Fallschirm, man braucht einen Fallschirm, um zweimal Fallschirm zu springen Ja, ja, wohl wahr würde ich sagen, ne? Hm, 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 hm Ja, stimmt schon Klar kannst du erstmal springen Das klappt dann halt nicht beim nächsten Mal Wobei, naja, es gibt ja einige, könnt ihr wirklich mal gucken, ist wirklich so Die sind, ähm, abgesprungen und da hat sich dann der Fallschirm nicht geöffnet und die haben diesen Sturz überlebt Ohne Witz, ist echt krass Hätte ich nie im Leben gedacht, aber es gibt wirklich welche Die das überlebt haben Ist der Wahnsinn Irgendwie höre ich da schon wieder was hier Hm, hm Ah, nächste Runde Da vorne liegt es schon Da, guck mal Oh, und da unten habe ich, glaube ich, schon das Skelett gesehen, ne? Das geht auf jeden Fall noch nicht Wo wir hier lang müssen Ei, 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 ei Ich habe kein gutes Gefühl 100 Pro kommt da irgendwas Naja, hast du schon gesehen, ne? Warte mal Ohne Beine kann man sich nicht wehren Ja, ich sorge lieber vor Ich traue dem Ganzen, ne, ich nicht Noch irgendwo eine Leiche, die dann noch aussieht, als ob sie wieder aufstehen könnte Gut, enthauptete Dämonen stehen eher selten auf Das stimmt Okay, wunderbar Okay, ich bin jetzt ach kacke ich würde sagen jetzt hat er wieder seine nein das nicht echt zwei oder der scheiße ich würde gerne hallo ha 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 teilen super oder den arm fehlt was machst du jetzt ich versuche fleisch ach sauber oh der sieht böse aus ohne kopf nicht mehr so jubel krass komm mir einfach zwei freaks davon her wahnsinn ich will sein großes schwert was haben wir da jetzt schatzjäger ok finde 25 gar nicht schlecht ok geld mäßig noch nichts aber haben wir vielleicht genug karma guck mal ne mehr herzen will ich eigentlich nicht mehr mit der munition was das hier naja mit der munition das finde ich ganz gut naja das ist nicht verkehrt aber ist er hinten einfach so aufgetaucht ah ne da guck mal hier ist er durchgekommen 2300 2300 neja neja stück für stück kommen wir uns am ziel näher ich will echt kein echt aha ok krass kannst du nicht auch so eine panserung für mich machen ja doch voll episch oder so richtig viel ist das jetzt nicht egal ok mehr geht auch nicht cooperate ich hallo jemand da das werden mehr große gegner Ja Vorsicht aber, man muss ja ein bisschen aufpassen. Ups. Kacke. Hahaha. Hammer. So. Oh, es hat kein Tidwee. Ich hab dich, ich hab dich. Ach Mist, der macht sein Schutzschild. Egal. Ah, der noch. Oh, der arme Sickmann, was ist denn los, was ist los hier? Was ist los, mein Freund, was ist los? Komm, stell dich so an, leg dich hin. Da ist noch was. Okay. Ja, machen wir doch das. Okay. Alter. Ähm, warte mal, ich hab doch, ich guck dir sagen, regiert noch eine Armbrust. Okay. Ich muss den heilen. Ach, ich kann das gleichzeitig machen, das ist ja gut. Noch irgendwas? Oh nein. Nein. Ach, zum Glück, ey. Puh. Die wollten's jetzt wieder wissen, ne? Mhm. Krass. Aber ich muss da oben hin, wo die Schale ist. Ja, definitiv. Hallo? Die Sache, wie komm ich da ran? Ja, von hier leider nicht, aber irgendwie von dort aus, ne? Wenn wir hier hochgehen, kommen wir da garantiert hin. So. Sieht hier ja nicht so einladend aus, ne? Hm, na gut, wo sieht's das hier schon? Soll ich, ne, hier ist nur ein Geheimnis, ne? Oder geht's hier weiter? Äh, hat er schon wieder Karma-Punkte? Kann das sein? Ne, noch nicht. Das wär jetzt auch ein bisschen verwunderlich gewesen, ehrlich gesagt. 2300. Naja, es dauert noch so ein bisschen. Wir sehen uns morgen wieder. In diesem Sinne, bis dahin. Euer Mr. Zocker.